Hey Leute, in diesem Video für erstmal, wie man Gipskarton doppelt beplanken und somit auch eine Rehgips-Trockenbauwand natürlich zweifach beplankt richtig anschrauben kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Normalerweise werden solche Gipskartonplatten einfach auf ein Ständerwerk draufgeschraubt und danach können wir es noch verspachteln bzw. natürlich je nach den eigenen Wünschen weiterverarbeiten. Möchten wir jetzt aber einen erhöhten Schallschutz, Brandschutz oder natürlich auch, dass die Wand jetzt etwas stabiler ist, wenn wir zum Beispiel Raum hoch fließen möchten, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir nochmal eine zweite Lage Gipskartonplatten hier vorne drauf geben. Ich habe meine erste Lage jetzt schon auf ein stabiles Holzständerwerk geschraubt. Der Abstand der Schrauben beträgt bei mir circa 30 cm und zwischen den Latten je nach Verlegemuster 30 bzw. 60 cm. Da gibt der Hersteller aber normalerweise auch nochmal relativ gute Tipps für das Verlegemuster. Und als nächstes geht es einfach darum, dass wir mal unsere Fugen, die wir natürlich auch angefasst haben, ganz einfach zuspachteln. Ein Gewebeband ist hierfür übrigens nicht notwendig. Ich verwende hierfür gerne Knauf Uniflot, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und zuerst einmal gebe ich die Spachtelmasse jetzt in meine Fugen rein und ziehe das Ganze dann auch relativ scharf ab. Meine erste Lage ist jetzt einfach eine geschlossene Einheit, was natürlich für die Stabilität, Brand und auch Schallschutz noch einmal besser ist. Und die einzelnen Schrauben müssen wir übrigens jetzt nicht noch extra zuspachteln. Jetzt, wenn wir Zeit haben, könnten wir das Ganze einfach noch einen Tag trocken lassen und danach die Platten drauf geben. Aber normalerweise ist es auch kein Problem, dass wir gleich direkt danach die Platten hier drüber geben, da unsere Spachtelmasse natürlich auch unter der zweiten Schicht über die Zeit ordentlich durchtrocknen kann. Bei unserer zweiten Lage ist am wichtigsten, dass die Platten unsere Fugen wirklich schön überdecken und wir somit anschließend auch Fugen da bekommen, wo jetzt bei unserer ersten Lage solche Gipskartonplatten im Ganzen sind. Und da sollte man sich am Anfang natürlich Gedanken darüber machen oder wie gesagt beim Hersteller mal Verlegemuster anschauen. Bedeutet in meinem Fall, ich gebe hier in die Mitte auf jeden Fall eine Platte und wenn das Ganze dann in der Mitte über meiner Fuge drüber ist, dann kann ich anschließend auch hier oben drüber noch einmal eine Platte setzen und somit sind meine Fugen wirklich alle schön überdeckt. Auch ist noch wichtig zu sagen, dass wir jetzt bei der zweiten Lage bitte keine 35 mm langen Schnellbauschrauben, sondern 45 mm lange Schrauben verwenden sollten. Da natürlich durch diese erste Lage noch einmal die Schrauben etwas länger sein sollten. Der Abstand von den Schrauben ist jetzt übrigens nicht mehr 30 cm, sondern sollte circa 15 cm betragen. Wenn wir unsere erste Schraube gesetzt haben, was ich immer relativ gerne in einer Ecke mache, dann können wir mit einer Wasserwaage das Ganze noch sauber ausrichten. Bei mir schaut es super aus und danach natürlich überall unsere Schrauben in die Latten hineingeben. Wichtig ist, wir sollten die Latten natürlich auch nicht verfehlen, deswegen können wir hier gerne auch nochmal mit der Wasserwaage einen einfachen Strich auf unsere Gipskartonplatten zeichnen, dass wir natürlich die Latten auch treffen. Nun, wir haben uns einen von den Schrauben, einen von der Schrauben auf ihre Kanteizze auf der Kanteizze an. Wir haben gerade eine Hüge von der Schrauben auf den Schrauben auf die Schrauben zu machen. Wir haben hier eine Hüge von der Schrauben auf die Schrauben auf der Schrauben aufgetragen. Wie du sehen kannst, wurden die Fugen von unserer ersten Lage auf jeden Fall ordentlich überdeckt und somit haben wir jetzt auch schon Gipskartonplatten richtig doppelt beplankt. Wie man das Ganze jetzt übrigens noch weiterverarbeiten kann auf die Qualitätsstufen 2, 3, 4 und natürlich auch, dass man das Ganze streichen kann. Dafür habe ich auch schon extra Videos auf meinem Kanal erstellt. Wenn du dir für zu Hause 45mm Schnellbauschrauben oder natürlich auch einen Akkuschrauber mit einem Schraubvorsatz zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.